So, wir haben also jetzt zwei volle Tage hinter uns der engagierten Praxis. Nehme ich jetzt mal an, dass Sie alle engagiert dabei sind. Das hat für mich auf jeden Fall so den Anschein. Und ich denke, Ihr habt bestimmt einige Dinge gesehen, bemerkt über Euch selbst. Hoffe ich jedenfalls. Vielleicht auch etwas gelernt in diesen zwei Tagen. Das ist auch durchaus möglich. Und vielleicht ist Euch auch aufgefallen, dass innerhalb dessen, was sich da abspielt, zum einen ist, dass es immer auch jemanden gibt, der oder die das kommentiert. Habt Ihr das auch bemerkt? Dass immer jemand da ist, einen Kommentar abzugeben hat über das, was gerade passiert. Oder in Retrospektive, was passiert ist. Oder natürlich manchmal auch Zukunftsprophezeiungen und so weiter auch von sich gibt. Basierend auf vielleicht Befürchtungen und Erwartungen und so weiter. Und das ist ein ganz normaler Alltagsgeist. Das haben wir alle. Wir alle kennen das sehr gut. Dass eben die Erfahrungen, die wir machen, dass sie immer irgendwie kommentiert werden. Solange das noch einigermaßen im grünen Bereich ist und nicht zu extrem wird, stört es uns auch nicht ganz groß. Und wir haben uns alle daran gewöhnt, dass das Teil unseres normalen Lebens ist. Manchmal kann ja sogar auch so etwas ganz Hilfreiches sein. Zum Beispiel vielleicht Verhalten zu korrigieren oder so. Oder Entscheidungen zu treffen. Da hinzugehen oder lieber da hinzugehen, sondern links nach rechts zu gehen und so weiter. Aber es kann natürlich auch ausatmen. Es kann so weit kommen, dass also dann dieser Kommentator so ein bisschen tyrannisch wird. So einen inneren Tyrann ausatmen. Also dass nicht nur kommentiert wird, sondern auch gleichzeitig beurteilt wird. Gewertet wird. Und vor allen Dingen immer auch höchstpersönlich genommen wird. Es ist immer sehr eine Stimme dazu gegangen, die die Erfahrungen, die wir machen, auf einer sehr, sehr persönlichen Ebene bewertet und einordnet. Es sind ja mindestens zwei Leute, die da miteinander in Kontakt sind. Das ist einmal die Person, die eben Dinge tut oder sagt oder denkt oder fühlt. Und dann ist die andere Person, die diese Dinge kommentiert, bewertet, beobachtet, bis hin zu tyrannischen Kommentaren. Wer bin ich denn jetzt eigentlich? Bin ich der eine oder der andere? Könnte man sich fragen. Wen könnte ich denn eigentlich mehr Glauben schenken in diesem Spiel? Diese Geschichte ist endlos. Wir sehen in uns selbst, die Gedanken drehen sich eigentlich immer mehr oder weniger um dieselben Bereiche. Es geht entweder darum, dass wir uns irgendwie mit Dingen beschäftigen, die nicht da sind, die vielleicht in der Zukunft da sein können, also in der Zukunftsorientierung. Oder wir hängen irgendwelchen Dingen nach, die geschehen sind in der Vergangenheit und bewegen uns zurück in der Zeit. Wir beschäftigen uns mit anderen Menschen, anderen Situationen, die jetzt nicht da sind. Oder vielleicht, ja, die manchmal auch da sind. Konkret. Und natürlich beschäftigen wir uns sehr viel mit uns selbst. Und im Kern dieses ganzen Spiels ist, da steht dann noch eine irgendwie festere Instanz, die wir oft gar nicht bezeichnen, die wir gar nicht benennen. Die aber, ich glaube, im Erleben der meisten Menschen das ausmacht, was sie so bei näherem nachhaken und nachbohren, als das bezeichnen würden, was sie sind. Oder wer sie sind. Und in der buddhistischen Lehre wird diese Annahme eben als das herausgestellt. Das ist das, was sie ist. Eine Annahme, eine Mutmaßung. Denn in diesem ganzen Spiel, der Eindrücke, der Erscheinungen, der Objekte, die in unserem Geist auftauchen, der Wahrnehmung, der Erinnerung, der Gedanken und so weiter. Wo lässt sich mit wirklicher Verlässlichkeit der Linie finden, der wir sind, wo wir wirklich Finger drauf zeigen können. Und das ist es, das bin ich. Ich erinnere mich, die in eine Geschichte, ich habe diese Begebenheit mehrmals gehört von mehreren Seiten, wo ein Mönch eben zu einem sehr angenösenen Lehrer ging in Thailand. Und war schon einige Jahre dabei, aber immer noch nicht so richtig, das hatte das Gefühl, es ist immer noch so richtig zum Kern der Sache vorgedrungen. Und hat ihm diesem Lehrer dann erzählt, ja, meine Meditation scheint ganz gut zu laufen, aber ich bin immer noch unzufrieden, ich bin immer noch irgendwie frustriert. Und so ein Gefühl des Mangels, der nicht ganz vollständig seins. Und ob er ihm einen Rat geben könnte. Und ich weiß nicht, ob dieser Mensch dann seine intuitiven Kräfte benutzt hat, um genau zu spüren, wo dieser Fragesteller eben steht. Und dann hat er ihm gesagt, du musst zwei Dinge dir klar machen. Dass es auf der einen Seite die Objekte des Geistes gibt, wo die Aktivitäten des Geistes, also das, was sich in deinem Geist bewegt, dass er reinkommt, wenn er zu weit da ist und wieder verschwindet. Und dass es dann die Instanz gibt, die sich dessen gewahrsamen kann. Und diese beiden sind nicht das Gleiche. Das sind zwei verschiedene Dinge. Und das war eine sehr aufschlussreiche, simple, kleine Belehrung. Die er hätte ja durchaus selbst bemerken können in seiner Praxis, in seiner Meditationspraxis. Es ist aber ihm vorher nicht aufgegangen. Er hat immer irgendwie mit den Objekten, mit den Aktivitäten, mit den Eindrücken, die er in seiner Meditation erlebt hat, mehr oder weniger gewungen. Manchmal waren es schöne Eindrücke. Manchmal war der Geist sehr gesammelt und sehr einspitzig, sehr fein und in die Stille des Geistes hinein. Und das ist natürlich eine schöne Erfahrung. Aber dann gemerkt, dass sich solche Erfahrungen eben auch nicht konservieren lassen, dass es nicht verlässlich ist letztendlich, weil einfach in unserem Geist immer wieder Bewegtheit ist, immer wieder neue Bewegtheit entsteht. Auch ein noch so schöner Zustand, noch so feiner Zustand vor allem, den ins Ende geht, können dann wieder gleich wenige Augenblicke später eine sehr grobe Eindeutung aufstehen, plötzlich an Ärger aufschrallen. Oder irgendwelche negativen Gedanken. Oder dass man irgendwie in nicht sehr mitfühlender Art an andere Menschen denkt zum Beispiel. All solche Dinge können im Blitzeschnelle in unserem Geist entstehen. Wo war der Geist von vor fünf Minuten? Wo ist der hin? Was hat der gemacht? Warum ist der verschwunden? Warum ist der nicht mehr da? Was ist dafür verantwortlich, dass der nicht mehr da ist? Und in der buddhistischen Lehre spricht man, dass alles hat mit unserem Geist zu tun. Und das Wort Geist, ich habe es noch im ersten Abend erwähnt, das Wort gemeinhin für Geist benutzt, das Wort Chitta, ist ein sehr weit gefasster Begriff, der auch ein sehr dynamischer Begriff, der eben auch die gesamte Bewegtheit enthält, die eben unser Geist aufbringen kann. Alles, was eben in unserem Geist sich abspielt, spielt sich in diesem Chitta ab, in diesem Bewusstsein. Und man wird es auch als Bewusstsein übersetzt. Sowohl die kognitiven Aspekte dieses Bewusstseins, dieses Geistes, als auch die affektiven Aspekte. Deswegen ist eigentlich eine ganz schöne Übersetzung, obwohl sie immer ein bisschen umständlich klingt, zu sagen Herzgeist, das ist unser Herzgeist, der Chitta ist Herzgeist. Das ist sowohl gemüht als auch die Dinge, die mit der Kognition zu tun haben. Und in diesem Herzgeist ist eben, wie wir alle wissen, sehr, sehr viel Bewegtheit. Wenn wir überhaupt nicht trainiert sind, überhaupt völlig ungeübt sind und noch nie uns überhaupt die Idee gekommen ist, darüber zu reflektieren, dass es also auch etwas anderes gibt, als eben nur die Objekte dieses Herzgeistes, also diese Instanz gibt, die sich der Objekte im Herzen, im Geist bewahrsamen kann, dann ist man dem natürlich völlig ausgeliefert. Dann nimmt man alles, was eben im Herzgeist passiert, für bare Münze. Und irgendwo auch natürlich den Rufschluss, könnte man jetzt sagen, dass ich das bin, dass es das ist, was mich ausmacht. Ich glaube, die meisten Leute würden wahrscheinlich, die nicht mit solchen Weisheitslehren zu tun haben, würden sich irgendwie so auf so eine unbestimmte Art und Weise beschreiben. Und sie fragen, wer bist du? Ja, alles, alles dies. Alles dies, was in meinem Geist passiert. Das ist alles zusammengenommen. Und noch viel mehr bin ich. So würden sie es vielleicht sagen. Wenn sie noch nicht darüber nachgedacht haben. Wenn man anfängt, darüber nachzudenken und vielleicht eben auf eine kontemplative Art und Weise darüber nachzudenken, dann fängt die Sache an, doch schon gleich ganz anders auszusehen. Denn wir bekommen ein Gespür dafür, dass es eben eine Instanz gibt, die kein Objekt ist, die keine Aktivität ist im Rast. Man kann sie auch mit verschiedenen Begriffen beschreiben. Achtsame Instanz, die sich gewahrende Instanz. Erkennende Instanz, sich bewusstseilende Instanz, die ist eben nicht, es ist keine Aktivität. Es ist nicht etwas, was kommt und geht, was geboren wird und stirbt, sondern was ebenfalls theoretisch immer verfügbar ist. Es braucht eben nur, eigentlich nur einen Moment, sich daran zu erinnern und sich zu vergewegenwärtigen, dass wir diese Instanz besitzen. Und hier, wenn wir uns hier betrachten, so einen Meditationsretreat und eben versuchen, eine Perspektive zu bekommen auf unsere geistigen Vorgänge, dann müssen wir wahrscheinlich zugeben, dass diese Qualität, wenn wir sie überhaupt als solche für entwicklungswürdig und fähig halten, dass da noch was zu tun ist, dass sie entfaltet und entwickelt werden muss, dass es nicht einfach so aufgrund eines Willensentschlusses kommt. oder dass ihr von mir diesen Vorschlag jetzt gehört habt, aufgrund dieser Geschichte, die ich erzählt habe. Zugegebenermaßen ist es ein guter Vorschlag, es ist eine gute Geschichte, einfach darauf aufmerksam zu machen. Aber wie gelingt es uns, dass diese Perspektive eine ist, die vielleicht früher oder später oder vielleicht eher später als früher zu unserer Seinsweise geht, wo wir aus dem heraus leben, aus diesem gewahrenden Bewusstsein, aus einem vollkommen angeschalteten Bewusstseinszustand heraus, der in dem Sinne eigentlich, wenn ich Zustand sage, kein Zustand ist. Man könnte sagen, in einer bestimmten Phase der Entwicklung macht unser Bewusstsein, man könnte fast sagen, so einen kleinen evolutionären Schritt. Es kommt heraus, es ist der Gebundenheit an die Objektwelt, an die äußeren Eindrücke und findet sich wieder im gewahrenden Bewusstsein. Und dafür gibt es auch Ausdrücke und Worte, die das beschreiben. Im Thailändischen gibt es dieses Wörtchen dafür, the one who knows, Puru, Puru heißt das, glaube ich, Puru. Vielleicht habe ich das falsch betont, Puru. Also übersetzt immer, derjenige oder denjenige, ist es jetzt völlig geschlechtsneutral. Man könnte sagen, besser die Instanz in uns, die erkennt, die weiß, unmittelbar im gegenwärtigen Moment. Rajan Shah sprach manchmal auch davon, dass es der ursprüngliche Geist ist. Also wiederum ein Hinweis darauf, also ursprünglich, was ist das? Können wir uns jetzt vielleicht, oder wenn wir es zum ersten Mal hat, können wir uns vielleicht nichts darunter vorstellen. Aber es ist hinreichend darauf, dass eben wir nicht gebunden sind an die Welt der Objekte und Eindrücke und Vorstellungen und Meinungen, Ideen und Sinneswahrnehmung und so weiter, die wir normalerweise haben. Und das Wichtige natürlich ist dabei, sich zu fragen, ja warum sollte man das tun? Ist das überhaupt erstrebenswert? Was ist der Sinn des Ganzen? Natürlich dahinter steht die Belehrung, die wir in verschiedensten Formen von Buddha halten, aber solange man identifiziert ist, also völlig vereinnahmt ist, von bedingten Phänomenen der bedingten Welt und alle eben Eindrücke, die in uns entstehen, sind bedingt aufgrund von bestimmten Ursachen, die uns unerfindlich sind und die irgendwie entweder in den Weiten unseres jetzigen Lebens liegen, ist auch im Großen und Ganzen eigentlich ziemlich unergründlich, der größte Teil davon jedenfalls, oder noch weiter zurück. Alles was wir wissen ist, dass Bedingungen, Bedingtheiten da sind und dass sie sich unter bestimmten Umständen präsentieren und dass wir dann eben aufgefordert sind, Stellung zu beziehen. Wenn wir uns identifizieren, wenn wir an dem hängen, uns festhalten, festklammern an dem, was wir gerne haben möchten und unseren Vorlieben sozusagen anhängen, dann wird das zu Frustration führen. Oder wenn wir in der Haltung des Widerstands sind, wenn etwas kommt, was uns nicht behakt oder was unserem Selbstimage nicht entspricht, was uns bedroht, Angst macht oder uns irgendetwas, dann kann es sehr schnell kommen, dass wir in Haltung des Widerstands gehen. Wir lassen es gar nicht erst überhaupt bewusst in unser Bewusstsein hinein. Wir sind unbewusste Menschen, hat gleich irgendwelche Strategien am Werk, die versuchen, das also unter Kontrolle zu bekommen. Gestern Abend habe ich es erwähnt, wenn wir sich daran vorbeimogeln, das unterdrücken oder so tun, als es geschah es nicht. Oder eben einen Kampf aufzunehmen. Aber dieser Kampf ist ein hoffnungsloser Kampf. wird man auch irgendwann ermüden gegen eben die verschiedenen Dränge, die sich da bemerkbar machen und vielleicht dann auch umso mehr dann darunter leiden, wenn man eben dann plötzlich in seinem Auf geht, dass die Kräfte also auf der Ebene jedenfalls stärker sind, dass es müßig ist eigentlich mit Macht dagegen anzugehen. Und deswegen gibt es also in den Weisheitslehren die Empfehlung eben eines anderen Zugangs, wo wir eben die Position desjenigen einnehmen, der für all diese Dinger die rechte Perspektive hat, sieht, dass es sich um Eindrücke und Objekte handelt, die man natürlich eben auch durchaus genauer untersuchen sollte. Einfach jetzt nutzen, theoretisch zu sagen, ja, das sind die Objekte, ich eigne mir die Haltung des Loslassens, des Nicht-Festhaltens an und gehe damit jetzt in meine Meditation hinein, da wird man schnell feststellen, dass das wahrscheinlich nicht genügt. Bevor man überhaupt loslässt, also überhaupt in die Lage kommt, loslassen zu können, muss man überhaupt erstmal Dinge an sich ranlassen können, muss erstmal überhaupt einen genauen Blick haben, womit habe ich es eigentlich zu tun. Das ist eigentlich dieser Eindruck, der da jetzt so vielleicht sehr subtil bedrohlich ist, dass wir so in der Lage sind, Dinge einzuladen, regelrecht willkommen zu heißen, die potenziell, oder wenn wir die Wahrheiten, die wir gerne vermeiden würden. Ich erinnere mich an eine Geschichte als Ajahn Sumedum, das ist der älteste westliche Schüler von Ajahn Shah, also der Inspiration hinter unserer Tradition, als der von Ajahn Shah in England praktisch fallen gelassen wurde, um auszuprobieren, ob Buddhismus funktionieren kann im Westen. Da hat es ziemlich viel Arbeit gegeben, auch ziemlich viele Probleme gegeben, eben in der neuen Kultur, mit nur einer kleinen Gruppe von Mönchen, man musste die ganze Infrastruktur selbst erstellen, es hat Gemeinschaftskonflikte gegeben, und so weiter, und so fort. Also kurz gesagt, eine große Herausforderung. Und dann irgendwann traf ein Brief ein in dem Kloster, in Chittwest war das, in England, von Ajahn Chah, interessanterweise. Und Ajahn Chah hat eigentlich nie was geschrieben, hat vor allem nie Briefe geschrieben, und dann stand eben Anfang des Briefes eine Notiz von einem Mönch, der das übersetzt hat, also du wirst es nicht glauben, aber Lungpho Chah hat hier tatsächlich einen Brief geschrieben. Und ich glaube, der Brief war etwas länger, aber in diesem Brief war eine wunderbare Aussage drin, die Ajahn Sumedho auch nie vergessen hat, die eigentlich praktisch so, man könnte sagen, dann so sein Leitmotiv war für sein ganzes Leben, nicht nur in dem Kloster, sondern auch später. Und zwar, ich hoffe, ich erinnere mich daran, es ging folgendermaßen, also Ajahn Sumedho, wenn du in deinem Leben, jetzt in deinem Leben in Schinkfristen, England, Dinge siehst, Dinge erlebst, die schwierig sind, die herausfordernd sind, also Geistestrübungen kommen, dich belasten, sieh diese Dinge als Gehilfen und Unterstützer, um die Paramis, die Paramitas, also die spirituellen Tugenden zu entwickeln und zu entfalten. Das war der erste Teil, also praktisch alles, was kommt, als Schwot für die Mühle zu nehmen, egal was. Denn alle Dinge, alle Schwierigkeiten, alle Probleme kann man umwandeln, wenn man die rechte Einstellung hat, dass sie für uns förderlich sind, positiv sind. Wenn wir also die Paramis, die Paramitas entwickeln, zum Beispiel Geduld, Mitgefühl, liebevolle Zuwendung, Entschlusskraft, Energie, Gleichmut, natürlich Ethik ist explizit, Großzügigkeit, Wahrhaftigkeit und so weiter. Ich sind in der Teravata-Testation zehn. Das sind die Tugenden und die können unmittelbar zu anderen gebracht werden, wenn also wir mit konkreten Themen zu tun haben, wenn wir uns ruhelos führen und keine Geduld haben, absolut kurz davor sind, an die Decke zu gehen. Das ist genau der Moment, wo man Geduld entwickeln kann. Wie soll sonst Geduld entwickelt werden, wenn man das Material nicht dafür hat? Ich kann hier sitzen und nichts, das ist alles wunderbar, ich entwickle jetzt mal Geduld. Schön, das geht schnell. Jetzt habe ich Geduld entwickelt, kann ich dann sagen. Es ist aber eigentlich gar nichts passiert. Ich bin gar nicht herausgefordert worden. Ich konnte gar nicht unter Beweis stellen, dass ich mit schwierigen Dingen eben auf angemessene Art und Weise umgehen kann. Aber dann, ich will jetzt nicht zu weit abschweißen, kam der zweite Teil dieser Sequenz und die sagte, etwas sehr Interessantes. Er sagte, wenn du Sumedho, wenn du siehst auf deinem Weg, dass du weder vorwärts gehen kannst, noch zurückgehen kannst, noch stillstehen kannst, die Sumedho ist der Platz deines Nichtverweilens. Ich weiß nicht, wie das auf Thai heißt. Englisch hat man es mit Non-Abiding übersetzt, diesem Nichtverweilen. Also es ist praktisch eine, man könnte sagen, absurde Aussage. Wo gehst du hin? Wenn du nicht vorwärts gehen kannst, rückwärts gehen kannst und nicht stillstehen kannst. Najan Shah hatte interessanterweise vor allen Dingen zum Ende seiner Lehrzeit sehr gerne so, ist fast so vergleichbar mit japanischen Koans. Fragen an seine Schüler, sehr oft auch an Leute, die zu Besuchung ins Kloster kamen, die eigentlich keinen Sinn ergaben, wenn man da verstandesmäßig drüber nachdenkt. Und offensichtlich war der Sinn dahinter, eben den Fragesteller und die Person über die Begrenztheit des egoischen Verstandes Denkens hinauszuführen. Wenn du nicht vorwärts gehen kannst, nicht zurückgehen kannst, nicht stillstehen kannst, wo gehst du hin? Macht auf der Ebene überhaupt keinen Sinn. Aber jetzt auf einer kontemplativen Ebene überlegen und jetzt nicht versuchen irgendwie mit unserem analytischen Verstand da einzudringen. Manche Leute sind dann sehr smart gewesen. Janchathan oft wurde gefragt, ach, wo gehst du dann hin? Und dann wollten die sehr smart sagen, kannst du zur Seite gehen vielleicht? Wo nach oben oder nach unten? Und er hat dann immer so eine lauernde Haltung, einen lauernden Gesichtsausdruck und wollte sehen, mit was kommen die Leute jetzt? Mit welchem Ausweichmanöver? Um eben dieses Rätsel zu lösen. Und eben auf der Ebene gibt es keine Lösung des Rätsels, das ist nicht möglich. Aber auf der kontemplativen Ebene kann es durchaus schon eine Lösung geben dafür, für diese scheinbar so sinnlose Aussage. Oder ein anderes Beispiel, was ähnlich, was genau damit hin passt, ist die Frage gewesen an seine Schüler, habt ihr schon mal fließendes Wasser gesehen? Und wenn die Leute sagen, ja, natürlich, das ist eine blöde Frage. Schon mal stilles Wasser gesehen? Klar, ebenfalls stilles Wasser gesehen? Habt ihr denn schon mal fließendes stilles Wasser gesehen? Und dann kam es wieder an diesem Punkt, wo der Verstand aussetzte, stilles fließendes Wasser, wie soll man sich das vorstellen? Aber natürlich, worauf diese Analogie hindeutete, ist eben, es ist eine Analogie natürlich zu unserem Chitta, zu unserem Geist. Es gibt also das in unserem Geist, was still ist und unbewegt, oder eben, ich eben gesagt habe, nicht bedingt ist, so die Instanz des Gewahrseins, der Bewusstheit, und dann gibt es die Bewegtheit im Geist, die Bewegung, das Fließen im Geist, und ständiger fließenden Eindrücken, die durch unseren Geist ziehen. Und vielleicht habt ihr wenigstens punktuell in diesen zwei Tagen die Erfahrung gemacht, manchmal, wenn der Geist sehr still wird, und vor allen Dingen, wenn man hoffentlich nicht die Sehnsucht hat, oder den Gedanke, ich muss absolut still werden, ich will absolut das totale Ruhe ist, weil es nichts mehr passiert, würde ich verwahren, mach das nicht, denn darum geht es nicht, es geht nicht darum, keine Gedanken mehr zu haben, dass überhaupt keine Aktivitäten mehr stattfinden, sondern, dass man sich mit der Instanz vielleicht verbinden kann, die sich gewahr ist, dass Aktivität stattfindet, aber sie ist nicht davon eingenommen, sie ist vor allen Dingen nicht damit identifiziert, sie kann einfach bei den Eindrücken verweilen, so wie sie sind, so wie sie kommen, wir interessieren uns dafür, vor allen Dingen, wenn sie uns irgendwie unvertraut sind und herausfordernd sind, dann interessieren wir uns dafür, es ist vielleicht jetzt natürlich auch ein Thema für die spätere Phase des Retreats, um diesen Zugang uns zu verschaffen, momentan auch die Betonung ein bisschen mehr auf der Sammlungsebene, aber irgendwann geht es eben darum, die Dinge in den Blick zu bekommen und uns vertraut zu machen mit den Eindrücken, wo wir eben unsere Parameters entwickeln können, vor allen Dingen unsere Weisheitsparameter, die Weisheit entwickelt sich, nicht indem wir Dinge auf Distanz halten und sagen, wo ist nicht, wo ist nicht, mach das nicht, ich hasse das, sondern indem wir uns öffnen für alles, was uns unser Geist sozusagen zu bieten hat. Und dann, wenn wir diese vorbehaltlose Offenheit haben und dann nicht mehr die Rosinen sozusagen aus dem Kuchen rufen, dann werden wir erleben, dass unser Herz, unser Geist, also in seiner Gesamtheit einfach offener und weiter wird. Wir sind weniger begrenzt durch die Vorgaben, die konditionierten Vorgaben, die wir uns selbst gegeben haben, beziehungsweise die uns auch natürlich mitgegeben wurden. Wir sind konditioniert worden, aber wir haben uns auch selbst konditioniert, wir haben uns selbst geprägt durch Bestätigung von bestimmten Verhaltensmustern und viele von denen sind nicht unbedingt förderlich, wenn man sich vor allen Dingen für den erwachten Geist interessiert. Da gibt es noch eine andere, in diesem Zusammenhang eine ganz schöne Geschichte, eine Anekdote aus der Zeit des Buddha, wo ein Asket aus einer anderen Gruppe, damals gab es in Indien unheimlich viele verschiedene Philosophen und so asketische Gruppierungen, die alle irgendwelche Lehren vertreten haben, teilweise recht abstruse Lehren, aber teilweise auch Lehren, die nicht unbedingt sehr weit entfernt waren von der Lehre des Buddha, und einer von diesen war ein Asket, der hieß Bahia, Bahia im Borken Gewand, so wurde er genannt, er hat also wahrscheinlich Baumrinde als Gewand getragen, so stelle ich mir das jedenfalls vor, ein ganz interessantes Bild, und dieser Asket war sehr gewieft in seiner Meditation, hatte also sehr, nach seiner eigenen Einschätzung jedenfalls, eine sehr tiefe, profunde Meditation und hatte auch eine große Gruppe von Schülern, Schülerinnen, also ziemlich im Anhang, aber eines Tages oder eines Nachts oder eines Abends, ich weiß immer genau, kam ihn der Gedanke, wie kommt es, dass trotz dieser fantastischen Meditation, die ich habe, dass mein Geist noch nicht vollkommen befreit ist, dass er nicht frei ist von den Kilesas, von den Geistes drinnen, kommt das? Gibt es vielleicht jemanden in der Welt, bei dem das der Fall ist? Oder wie ist das zu sehen? Und an dem Moment manifestiert sich eine himmlische Wesenheit und baut sich vor Bahia im Borkengewande auf und redet ziemlich einen Klartext mit ihm und sagt zu ihm, also Bahia, du bist, ach ja, er hat sich noch die Frage gestellt und ich frage mich, bin ich vielleicht ebenfalls einer dieser Erwachten? Das war noch eine Frage, die er so ins Universum hinaus posaunte und diese Wesenheit hat das natürlich mit dem himmlischen Ohr überhört und hat ihm dann gesagt, nicht nur Bahia bist du einer, der nicht zu den Erwachten gehört, du bist noch nicht mal jemand, der auf dem Weg zum Erwachen ist, du bist völlig auf der falschen Spur sozusagen. Und das hat ihn ziemlich geschockt, was, ich mit meiner Meditation nicht auf dem Weg zu Erwachen? Aber dann hat er eben die Frage gestellt an diese Gottheit, na gut, wenn das so ist, gibt es denn jemanden, den ich vielleicht um Rat fragen könnte, den ich bitten könnte, um eine Auskunft zu geben, wie man denn auf den geraden Weg kommt. Und dann hat er ihm eben diese himmlische Wesenheit die Adresse des Buddha gegeben, der war mehrere hundert Kilometer entfernt. Dieser war hier am Borkengewand, der wohnte angeblich an der bengalischen Küste, musste also noch nach Sanat, glaube ich, gehen. Savati war es, Savati, das ist ziemlich weit weg, auf der anderen Seite. Und ist dann hat sich dann schnurstracks aufgemacht, im Windeseile, er hatte natürlich auch psychische psychic powers, wie sagt man, paranormale Kräfte, das ging ziemlich fix, er brauchte keinen ICE oder so, war der drüben in und ging dann direkt in Jetavana, wo der Buddha lebte, mit einer ziemlich großen Gruppe an Schülern, der Buddha hat dort 25 Regenzeiten verbracht. Und als er ins Kloster kam, sah er ein paar Mönche, wie sie Gehmeditation praktizierten und ging dann zu ihnen hin und sagte, ich habe ein dringendes Anliegen, ich muss unbedingt den Buddha sehen. Sag mir, wo kann ich den finden? Die Mönche haben dann zu ihm gesagt, warte, das ist jetzt gerade Almosenzeit, der Buddha ist gerade in Samadhi in der Stadt unterwegs und sammelt Almosen mit einer Gruppe von Mönchen. Warte doch, bis er zurückkommt, dann kannst du mit ihm sprechen. Und er dann aber war so irgendwie aufgebracht und so stimuliert von seinem Vorhaben, ich kann nicht warten, ich muss ihn jetzt sehen, jetzt unbedingt. Und ist dann direkt ins Städtchen gelaufen und wie es dann so ist, sieht dann eine Gruppe von Mönchen, die da am Straße entlang gehen mit ihren Almosenschalen Almosen einsammeln und geht direkt auf den Buddha zu, der vorne weg geht und spricht den dann also an und sagt also Erhabener bitte, ich habe ein sehr sehr wichtiges dringendes Anliegen, kannst du mir bitte jetzt unmittelbar den Weg zum Erwachen weisen? Und der Buddha sagt, Bahir, das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, das ist die Zeit für Almosenrunde, später, komm später wieder, es geht jetzt nicht. Und dann sagte Bahir zum Buddha, ja aber das ist wirklich dringend, denn wir wissen ja nicht, was im nächsten Moment geschehen wird, es kann mit dir was passieren, es kann mit mir was passieren, es ist sehr sehr ungewiss, deswegen du musst es mir jetzt sagen, ich brauche jetzt von dir unbedingt eine Wegweisung, bitte, tu das jetzt. Der Buddha blieb standhaft, sagt, nein, Bahir, dies ist Zeit für die Almosenrunde. Wenn Mönche auf der Almosenrunde sind, sind sie auf der Almosenrunde. es muss aber sein, es ist wirklich dringend, denn wir wissen wirklich nicht, was geschehen wird, was der nächste Moment uns bringt, bitte gib nur eine Belehrung. Und dann, naja, wenn Buddhas dreimal gefragt werden, dürfen sie nicht weiter nein sagen, das ist auch irgendein kosmisches Gesetz, dann müssen sie lehren, sie so eindringlich gebeten werden, und dann war hier eine Belehrung gegeben, und da ich die nicht missinterpretieren möchte, die ist sehr schön, und hört sich im Originalton sehr gut an, deswegen habe ich sie mitgebracht, und möchte ich sie euch kurz vorlesen. Also man könnte so sein, es ist praktisch so eine Crashkurs Belehrung für Bahia, den Borkenwand Geträger. Also Bahia, auf folgende Weise solltest du dich üben, in Bezug auf das Gesehene gibt es nur das Gesehene, in Bezug auf das Gehörte nur das Gehörte, im Gespürten wird es nur das Gespürte geben, und in Bezug auf das Wahrgenommene nur das Wahrgenommene, auch diese Art und Weise Bahia solltest du dich üben. Wenn es also für dich nur das Gesehene im Gesehenen gibt, nur das Gehörte im Gehörten, nur das Gespürte im Gespürten, und im Gewahrnommen Wahrgenommenen nur das Wahrgenommene geben wird, dann Bahia gibt es dich nicht in Bezug auf das oder in anderen Worten, es entsteht keine Ich-Vorstellung, es gibt kein Ich diesbezüglich. Wenn es dich diesbezüglich nicht gibt, also keine Ich-Vorstellung vorhanden ist, dann ist kein Du vorhanden, das heißt, du bist nicht identifiziert. Wenn kein Du vorhanden bist, wenn du nicht identifiziert bist, dann bist du weder hier oder dort noch irgendwo zwischen den Dukkha. Also, wenn kein Du vorhanden ist, dann bist du weder hier oder dort noch zwischen den beiden. Dies ist Ende vom Dukkha. Das ist wie Ajahn Somedos, wenn du nicht vorwärts gehen kannst, nicht rückwärts gehen kannst, nicht still stehen kannst, wo gehst du hin? Also, eine ganz klare Hinweise auf die Tendenz, wir haben alles, was wir erleben, alles, was wir wahrnehmen, die Sinneswahrnehmung, die kognitiven Eindrücke und so weiter, die Gefühle höchstpersönlich zu nehmen, persönlich im Sinn einer Identifikation, davon auszugehen, dass ein eigenständiges, unabhängiges Ich oder Ichheit in uns diese Dinge praktisch besitzt. Und dann, das Interessante ist, nachdem, um auf die Geschichte zurückzukommen, ist noch nicht zu Ende, nachdem Bahia diese Belehrung gehört hatte, war er in dem Moment vollkommen erwacht, nur durch diese Belehrung. Auf dem Hundespot sozusagen, auf dem Fleck, ist bei ihm der Groschen gefallen, das heißt, er hat wirklich schon gute Vorarbeit geleistet, als allein praktizieren das geht. Er brauchte nur noch einen Anstoß, eben der Anstoß von einem Buddhavist persönlich ist natürlich ein besonderer Anstoß. Wenn er jetzt wahrscheinlich einen normalen Mönch wie mich getroffen hätte, hätte sich wahrscheinlich immer noch den Kopf gekratzt und gedacht, na, das so stimmt, was der da zu sagen hat, weiß er nicht. Aber wenn ein Buddha spricht, da ist eine Power dahinter, da ist eine Kraft dahinter, die natürlich sehr überzeugend ist. Und daneben ging dieser Bahia seines Weges, der Buddha ging zurück in sein Kloster und hörte daneben später, dass sich kurz nachdem die beiden sich getroffen getroffen hat, dass es einen Vorfall gegeben hatte, denn Bahia hatte kurz nach diesem Zusammentreffen mit Buddha eine weitere Begegnung mit einer streunenden Kuh und die hat ihn auf die Hörner genommen. Das heißt also, wenige Minuten später war Bahia tot. Er hatte also diesen Unfall mit einer streunenden Kuh. Und dann waren die Mönche natürlich etwas perplex und baff und haben den Buddha gefragt, was ist da passiert, wie sollen wir uns das jetzt vorstellen oder vielmehr sie haben den Buddha gefragt, was passiert eigentlich jetzt mit Bahia? Wo geht er hin? Er hat gerade diese Unterredung mit dir gehabt und Minuten später ist er tot aufgrund dieses Unfalls mit der Kuh. Und dann hat der Buddha noch eine kleine Erklärung gegeben, die ich euch auch gerne ein Wortlaut geben möchte. Da sagte der Buddha zu seinen Mönchen Bikkus Bahia im Borkengewande war weise. Er praktizierte den Dhamma in Übereinstimmung mit dem Dhamma und hat mich nicht mit Fragen hinsichtlich des Dhamma belästigt. Bahia im Borkengewande Bikkus ist völlig ungebunden. Und ungebunden ist natürlich gemeint, sein Geist ist an nichts mehr gebunden und vor allem nicht an ich mein mir selbst sondern der Geist ist frei. Und dann wurde noch ein kleines Gedicht angefühlt. Wo Wasser, Erde, Feuer und Wind keinen Halt finden, dort leuchten die Sterne nicht, die Sonne ist unsichtbar, der Mond erscheint nicht, Dunkelheit findet man nicht. Und wenn ein Heiliger mittels Weisheit dies selbst erkennt, dann ist er frei von Form und Formlosigkeit, frei von Glück und Schmerz. Das heißt, also in diesem Sinne, so eine Person ist über alle Gegensätze, Gegensätzlichkeiten, oder das Gebundensein eben an Gegensätzlichkeiten, an Vorlieben und Abneigungen, an alle Dualismen, an alle Wiederswiespilte, alles in dem eben der weltliche Geist sich so gern verfängt. Und das ist ein befreites Herz und befreites nicht gebunden. Insofern ist also diese Formulierung ungebunden eigentlich sehr schön, ist sehr treffend. Und ja, was machen wir daraus? Was machen wir damit mit so einer Belehrung? Wenn wir das in diesem Hinweis hören, ich würde sagen, für uns besteht, falls ihr jetzt nicht dasselbe Erlebnis gehabt habt in dem Moment, die war hier, als ich das vorgelesen habe, dass das noch was zu tun gibt, natürlich vorausgesetzt. Besteht für uns natürlich die Möglichkeit, die Belehrung so aufzunehmen, dass sie für uns praktisch wird, anwendbar wird, nützlich wird. Anstatt diese Belehrung vielleicht zu einer wieder einem Ideal zu erheben, dass wir dann versuchen, verzweifelt anzustreben und durch unsere Meditationspraxis hinzukriegen. Und vielleicht der Wert dieser Belehrung inerwohnt ist, mit nichts und nirgends unsere Erfahrungen zu identifizieren. Und damit meine natürlich identifizieren durch Ergreifen, durch Festhalten, durch Widerstand. Und das kann man feststellen, diese Aktivität im Geist, im Herzen, wo Widerstand geleistet wird, wo sich festgreifen wird, das können wir durchaus durch unser eigenes Betrachten, Beobachten und Hineinfüllen in unseren Geist, können wir wirklich herausfinden. Das ist keine Theorie, das sehr empirisch ist, wo wir erstmal müssen wir zunächst diese Dinge wahrnehmen. Und dann vielleicht uns daran erinnern, dass das nicht alles ist. Dass es eben den Chitta gibt, den erkennenden Chitta, den wissenden Chitta oder das gewahrene Chitta. Oder wir sagen es noch simpler, die Instanz der Achtsamkeit in unserem Zusammenhang jetzt, die wir mehrmals angesprochen haben, die eben einen Schritt zurück machen kann und sich eben diese Eindrücke bewusst oder gewahr ist. Und wenn das eben kultivieren, ein beständiges kultivieren wird in unserem Leben, was wirklich etwas ist, was unser gesamtes Leben durchzieht, dann können wir durchaus die Erfahrung machen, dass sich dann irgendwann eben die Natur des Geistes offenbaren wird und wir dann nicht mehr zurückgehen in die alten Gewohnheiten. Die alten Gewohnheiten, die sich immer binden wollen und anhaften wollen und kleben wollen an den Eindrücken, die wir haben aufgrund unserer Vorlieben und Abneigung. Aber Natur des Geistes, die Buddha-Natur sagt man auch in der Mahayana-Tradition, ist nichts von allem dem. Unser Geist in seiner Reinheit, Natur unseres Geistes, ist unbegrenzt, ist klar, ist leuchtend sogar. Solche Attribute werden dem zugegeben. Es ist von unbeschränkter Ausdehnungskraft und all die positiven Eigenschaften, die sich viele dann auch, viele Menschen, die spirituell praktizieren, sich so ersehen wie eine vorbehaltlose Liebe und Mitgefühl und Freude und Gleichung und so weiter, die manifestieren sich in so einem Geist spontan. Da gibt es kein Bemühen mehr, wir müssen ja nichts mehr ankurbeln, wie bei den alten Autos von Auto und Anno nachzumal. Stottert es mal ein bisschen, dann geht es wieder zurück in die alten Gewohnheiten. Sondern dieser Geist ist eben jenseits von jeglichen Bemühen, jeglicher Anstrengung. Anstrengung ist nicht mehr notwendig. Aber bis sich das manifestiert und bis wir eben mit Fug und Recht und authentisch sagen können, das ist meine Realität, meine kontinuierliche Realität, so ist es, gibt es etwas zu tun, gibt es etwas zu entfalten und zu entwickeln. Und darum sind wir hier, oder? Dass wir etwas entfalten und entwickeln. Aber man kann sich eben in dem Ganzen, wenn wir sprechen von tun, entwickeln, entfalten, wenn davon die Rede ist, dann kann man sich sehr oft verheddern eben im Tun, im Entfalten, im Entwickeln. Wir sind immer zu Gange, etwas zu machen, immer ständig basteln wir an unseren Eindrücken herum, an unseren Erfahrungen. Immer ist irgendwie das Nicht-Rechte und irgendwie das Gefühl und es braucht irgendwas noch mehr oder irgendwas noch weniger. Irgendwas muss noch intensiver sein oder irgendetwas anderes muss weniger intensiv sein. Wir sind ständig aktiv und meinen vielleicht, dass wir jetzt am entwickeln und entfalten sind. Aber wenn wir von entwickeln und entfalten sprechen, ist es vielleicht eher ein Hinweis darauf, auf diese Instanz, diese entkennende, diese gewahrene Instanz in uns. Wenn wir uns damit verbinden und darin ruhen können, darin verweilen können, in der Stille des Geistes verweilen können, zum Beispiel, dann entfalten wir und entwickeln wir. Dann entfaltet und entwickelt sich etwas. Das, was verworren ist, verknotet ist und voller irriger Mutmaßung und anderen ist, kann sich sozusagen entfalten, entwirren und klarer werden. Wir können die Verwicklung erkennen, indem wir festsitzen und dann ein Aha-Erlebnis nach dem anderen haben und sehen, wo wir unseren Täuschungen, unseren Neigungen, verblendeten Neigungen aufgesessen sind. Meistens ist das in Form eines Aha, oder vielleicht sogar mit einem Verbund, mit einem Seufzer, Aha. Jetzt, wenn uns ein Stein vom Herzen fällt oder eine Verwicklung uns klar geworden ist, dann kommt es eben, jetzt verstehe ich, jetzt ist mir klar, warum ich da nicht weitergekommen bin und das Gefühl gehabt habe, ich renne mit dem Kopf gegen die Wand. Es gibt eine Tür zwei Schritte weiter links, durch die hätte ich gehen können. Aber ich habe darauf bestanden, dass der Kopf unbedingt durch diese Wand durch muss. Das ist der harte Weg, man kann das versuchen, kräftig, wenn man eine schöne, harte Stirn hat, aber ich würde es nicht empfehlen. Ich würde eher den Weg, den intelligenten Weg, den weisen Weg empfehlen, umsichtig im Weg zu schauen. Gibt es nicht vielleicht irgendwo eine Tür, wo ich durch kann, eben durch die Beschränkung, die mir mein Geist suggeriert, durchzukommen oder darüber hinaus zu kommen, als dass ich mich unnütz plage und mir noch zusätzlich Schmerz zufüge. Und eben, was ich am Anfang erlebt habe, der innere Kommentator, der innere Tyrann, der ist oft, sehr oft dafür verantwortlich, dass es irgendwie sehr hartnäckig ist. Solange wir in dem gefallen sind, haben wir sehr oft den Eindruck, dass es nicht weitergeht, dass wir nicht gut genug sind, dass wir nicht mitführend genug sind, dass wir nicht weise genug sind, dass wir nicht genug Achtsamkeit haben, dass wir nicht genug Stille und Ruhe im Geist haben und so weiter und so fort. Aber wir können den auch erkennen, dem sehr, sehr wichtig, den zu erkennen, diese Stimme zu erkennen. Nicht mehr. Ich kenne dich Mara, könnte man sagen, wie der Buddha das gesagt hat, als Mara eine ihrer, oder seiner, letzten Attacken geritten hat, war einfach seine Aussage, ich kenne dich, Mara. Einfach aufgrund dieses Erkennens, Aufmerkens, das entspricht nicht der Realität. Das ist eine irrige Realität, eine Mutmaßung, eine Annahme, die mich in einer sehr begrenzten Welt, in einer sehr begrenzten Welt des Egos, des Selbst, so bezeichnen wir es normalerweise, gefangen hält. Und wer das möchte, wer dieses Gefängnis als behaglich empfindet und gemütlich, schön warm, so weiter, der mag das tun. Aber wer das eben als begrenzend, beengend und limitierend empfindet und letztlich nicht erfüllend empfindet, der möge doch sich aufmachen, eine Möglichkeit zu suchen, aus diesem Gefängnis herauszukommen. und das ist ein und das ist ein